Warum du deine Sehkraft verbessern solltest, das möchte ich dir heute mal verraten. Denn ich bekomme immer wieder von meiner Community die Frage gestellt, ey Patrick, kann ich mit meiner Sehschwäche überhaupt noch was retten? Ich habe die und die Dioptrienzahn und ich habe die und die Sehschwäche. Kann ich denn überhaupt noch meine Sehkraft retten? Kann ich sie überhaupt noch verbessern? Ist das überhaupt möglich? Und ich werde dir eine Sache sagen, es ist zu 99% möglich. Egal wie hoch deine Sehschwäche ist und egal was für ein Sehproblem du hast. Egal ob du kurzsichtig bist, weitsichtig oder überhaupt keine Ahnung hast, was du für eine Sehschwäche hast. Es ist wirklich in den meisten Fällen möglich, seine Sehkraft zu verbessern. Natürlich gibt es da ein paar Ausnahmen, zum Beispiel wenn du schon auf ein Auge blind bist. Was irreparabel beschädigt ist, kannst du dir merken, kann man leider nicht mehr retten. Aber alles, was durch eine Brille korrigiert wird, kann man in den meisten Fällen wirklich lösen. Und das ist wie gesagt völlig egal, ob du sechs Dioptrien hast, fünf Dioptrien oder nur zwei Dioptrien hast. Es ist eigentlich nur der Faktor Zeit. Und natürlich solltest du dir auch kleinere Erfolgsschritte fest einplanen. Beispielsweise von sechs Dioptrien auf null Dioptrien zu kommen, da brauchst du nicht mit einem Monat rechnen. Das dauert deutlich länger und du brauchst auch keine Wunderpille erwarten. Denn nimm dir lieber erstmal vor, ein, zwei Dioptrien dich zu verbessern oder einfach mal deine Sehschwäche zu halbieren, um einfach dort mal die bessere Lebensqualität schon mal zu spüren. Eine dünnere Brille, vielleicht nicht mehr so viel eingeschränkt sein, ja? Ständig auf diese Brille angewiesen zu sein. Gerade wenn man eine sehr hohe Sehschwäche hat, ist man da wirklich auf diese Brille elementar angewiesen. Sprich, du hast keine Wahl, wenn sie dir verloren geht oder sie runterfällt, kaputt geht. Du bist einfach dauerhaft auf die Brille angewiesen. Und natürlich schränkt dich das auch ein. Wenn jemand am Strand eine Brille trägt, dann wird er wahrscheinlich nicht so einfach kopfüber ins Wasser springen, sondern er muss sich da erstmal überlegen, wo legt er seine Brille hin? Findet er die auch wieder? Was ist denn, wenn ich eine sehr hohe Dioptrien habe und plötzlich mitten auf dem See bin und meine Brille nicht mehr auf habe? Weiß ich dann, in welche Richtung ich schwimmen muss? Ja, also es gibt wirklich auch viele Sachen, wo man sich im Vorhinein als Brillenträger gar nicht so bewusst ist, was man eigentlich für eine große Einschränkung hat. Und natürlich ist es auch so, dass du dir alle paar Jahre wieder eine neue Brille kaufst, weil mal wieder deine Sehschwäche schlechter geworden ist. Und natürlich bist du einmal in diesem Rad drin, wirst du da auch nicht mehr so leicht rauskommen. Deswegen empfehle ich dir, einfach mal mit dem Augentraining zu beginnen, um einfach dem ganz normalen Kreislauf entgegenzusteuern, dass du merkst, okay, ich habe zwar jetzt die und die Dioptrienzahl, aber ich werde mich jetzt schrittweise verbessern. Und wie gesagt, es ist auch ein großer Erfolg, wenn du deine Sehschwäche, die du aktuell hast, zu halbieren. Also wirklich, dass du merkst, okay, ich bin vielleicht von 3 auf 1,5 Dioprien runter und ich brauche nicht mehr jeder Sekunde meine Brille. Also gerade merke ich das zum Beispiel, so habe ich angefangen, ich brauche nicht unbedingt zum Frühstücken meine Brille. Darauf bin ich nicht angewiesen. Ich kann auch einigermaßen sehen, wo was steht und dann kann ich das auch nutzen. Solltest du deine Brille wirklich nur dann tragen, wenn du wirklich darauf angewiesen bist, also beispielsweise du liest ein Buch, erkennst die kleinen Zeilen nicht mehr oder du fährst Auto und musst natürlich auch in die Ferne gucken können und dann natürlich ist es sinnvoll, eine Brille zu tragen. Aber ich möchte dir trotzdem nochmal ans Herz legen mit dem Augentraining zu Beginn. Und ich möchte dir heute auch nochmal eine Übung zeigen, wie du einfach merken kannst, was mit unseren Augen eigentlich alles möglich ist. Wir haben nämlich unglaublich viel Potenzial in unseren Augen und wenn du diese Übung jetzt mit mir machst, wirst du wahrscheinlich morgen das noch spüren, dass du heute mit mir diese Übung gemacht hast. Also lass uns direkt loslegen. So, zunächst machst du hier einmal einen Test, den sogenannten Astigmatismus-Test, also sprich Hornhauferkrümmungstest. Der sieht einmal so aus, wenn du dort jetzt ein paar schärfere Linien siehst oder einfach ein paar deutlichere oder einfach dickere Linien siehst, dann leidest du an einer Hornhauferkrümmung. Zum Vergleich hier auch nochmal die zweite Seetafel, wo du mal testen kannst, falls der erste Test nicht eindeutig war oder dir einfach nochmal Vergewissheit geben möchtest, dass du wirklich auf dieser Achse eine Hornhauferkrümmung hast, dann würdest du, wie gesagt, jetzt hier einen Kreis deutlich schärfer sehen. Du kannst auch gerne nochmal deinen Kopf ein bisschen neigen und dann wirst du auch sehen, ob die Striche mitwandern oder ob ein Kreis deutlich schärfer aussieht als die anderen. Solltest du keine Hornhauferkrümmung haben, ist es kein Problem, kannst du diese Übung trotzdem machen. Das schädigt nicht, aber du wirst merken, dass du morgen ein bisschen mehr Flexibilität im Auge hast. Wir brauchen dafür einen sehr geringen Abstand. Ich nehme meistens meine Hand, halte sie so vor meine Nase, nehme dafür dann meine andere Hand mit dem Daumen nach oben, habe den perfekten Abstand gefunden. Ich gehe mal wieder nach vorne, du siehst, ich schaue mit beiden Augen auf die Daumenspitze, das würde ich auch empfehlen, einfach mal mitzumachen und wir gehen dann in jede Richtung, also nach oben, unten, links und rechts gemeinsam, ohne dass wir die Distanz variieren. Also der Abstand sollte wirklich auch immer gleich sein. Probier das am Anfang ein bisschen aus, nicht, dass man plötzlich in die Ferne geht, sondern sollte wirklich im Nahbereich sein. Und du siehst auch bei mir, ich versuche schon, mich die ganze Zeit darauf zu konzentrieren und in jede Richtung meinen Daumen zu bewegen und ich werde auch die ganze Zeit mit beiden Augen auf den Punkt, auf meine Daumen fokussieren. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt deinen Daumen vielleicht nicht hundertprozentig scharf siehst. Es ist einfach nur wichtig, dass du ganz konzentriert die Übung mit mir mitmachst. Du kannst, wie gesagt, in alle Richtungen das mal machen. Wenn du das einmal gemacht hast und schon merkst, dass du gewisse Verspannungen im Auge hast, dann ganz kurz mal Augen zu machen, durchatmen, entspannen. Aber es geht natürlich noch weiter, denn das war nur der erste Schritt zum Warmmachen quasi. Wir gehen wieder auf unsere Ausgangsposition und jetzt gehen wir einmal nach oben und jetzt gehen wir so weit es geht an den Rand jeweils. Also so weit es geht, also im Prinzip, bis du deinen Daumen nicht mehr siehst, Abstand sollte gleich bleiben. Also ich versuche jetzt mal so zu machen. Ja, der Abstand sollte so sein in den Nahbereich. Unten sehe ich meinen Daumen noch. Und du wirklich, bis du merkst, dass es schon fast weh tut. Und wenn du es einmal geschafft hast, kannst du es theoretisch nochmal in die andere Richtung machen. Also einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Nimm dir danach auf jeden Fall zwei, drei Minuten Pause. Also mach wirklich kurz mal deine Augen zu. Leg vielleicht auch nochmal der Handflächen auf deine Augen, um einfach mal zu entspannen. Weil in den meisten Fällen wirst du jetzt schon merken, wo es wehgetan hat, wo es vielleicht gezwickt und gezwackt hat. Und du wirst merken, dass du wieder schärfer sehen kannst. Und auch morgen wirst du merken, dass vielleicht noch leichte Verspannungen da sind. Aber mach diese Übung am besten morgen auch nochmal. Und du merkst plötzlich, wie leicht es dir schon fällt. Du hast also in dem Moment ganz schnell schon deine Augen verbessert trainiert. Und wenn du das natürlich regelmäßig machst und natürlich auch noch andere Übungen machst, kann sich deine Sehkraft ganz schnell deutlich verbessern. In diesem Sinne, schau gerne mal unterhalb des Videos vorbei. Dort habe ich dir ein paar Links zur Verfügung gestellt, wo du kostenlos mit dem Augentraining beginnen kannst. Wo du auch herausfinden kannst, ob das Augentraining für dich geeignet ist.